mhm die Ritualisierung verkleinert wo sie in eine Richtung wird ah ja ok Ist das Gyroscope, hast du es fehlen? Ist das Gyroscope dreht dann? Ähm warte ich um kurz ja eins ist drin ja warte mal in dem kleinen sind zwei drinnen was ist denn das Gyroscope? naja da steht dass es das damit man kreiseln kann und es verhindert herumdriften mhm ok dann ist das wahrscheinlich das ja nicht folgend grad kann ich das Ding mal das ist bei G Gyroscope Soll ich eins dran bauen? Kannst du eins dran bauen das verbunden ist? das weiß ich nicht ich kann eins direkt an versuchen eins direkt an den Direktor zu basteln ähm versuch mal hier eins dran zu basteln an den ne warte an Cargo ist Cargo ist Quatsch ähm warte mal an den Conveyor da mit so hier bei mir äh ich weiß wo du bist da hier hier dran hier in den Conveyor und das äh Castle wo die wo die Ausgangsdinge unten ist die auf meiner Seite sieht man es das du da vielleicht das hier ich wusste wo der andere ist da wo ich genau bin ja ich weiß es auch nicht leider man das ist ein großer Kreis warte ich guck mal kurz hier rein das ist eine große Kugel quasi ok da ist er nicht ja ich weiß es ich hab das schon dabei ok kannst du den theoretisch dran bauen überhaupt? äh es sagt mir es sagt mir es ist gelb ah das gelb ist nicht gut wenn du drauf klickst steht dann du benötigst Stahlplatten oder so die hab ich ja du hast also ok Leute das braucht 900 Stahlplatten ja aber ich glaub das kann man dann trotzdem unternehmen normalerweise hier unten ist es auch nicht dran bist du hier vielleicht ne in der Mitte ne wo ist denn das? hm wenn man hier oben rein guckt ne da kann man auch mal ins Cockpit was ist denn das für ein teil da die ist auf jeden fall ein dissenberg dran ist der aktor sie werden vorne drin nein da kann er nicht sagen ach so ich weiß wo der ist ne doch nicht ne das ist nur ein biegen ich finde den nicht hä wo ist denn der hier aber warte mal ich weiß wo ich ihn hinbauen könnte hier hinten kann ich doch einfach ja ja ich kann es aber noch einbauen ne lass mal ehrlich gucken was da passiert wo bist denn du hier unten ja mitten in der mitte ich habe kein steil bleiben mehr bist du da bist du ich bin ganz ganz vorne bist du da habe ich jetzt eingebaut ok sekunde guck mal was ich dazu steuern kann ohne dass ich verbrenne ja ich gehe mal ein bisschen steil da noch ne auch stauplatten braucht man ok dann kann man nicht weiter bauen sonst ok ähm ja ich hoffe das Ding zu schildern ich guck mal ob ich wieder bin näher rankommen und zu die Base ja ok so ähm so ich bin wieder da ich kann versuchen das da rein zu bauen ja oder zu verbrennen ich hätte irgendwo hier so einen schönen Loch da ist irgendwas vielleicht aus, was wichtig wäre ein kleines Triebwerk, Reaktor groß, Sammler, Solarzellen, Türen, Verbindungen wir brauchen jetzt fünf Computer, zwei Motoren guck mal, auch im Schiff, wo das Inventar ich guck mal ein fünf Herstellungskomponenten äh, ich kann auch nicht zugreifen ne, da ist nicht warte, 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 warte ich komme hier von der Seite, komm mal dran wo ich sollte mal am Einkommen ja so, aber kein Computer ne, ich glaube auch nicht ich muss mal einen Motor und einen Computer so mal kurz mein Inventar ausleeren und ich leere mal das Schiff aus ja vorerst sind es zu schild ist das Ding voll? ne, das ist nicht voll okay, ich kann das von mir aus gar nicht in das Schiff ach, das ist komisch fliegt das Schiff und wieder hoch fertig und, driftet's noch? bisschen das trifft halt ein bisschen nach rechts ok, ich guck, was ist denn sonst noch in dem Ding drinnen Reaktor, Scheinwerfer, Schleifmaschinen, Schweißgerät, Verbinder da ist nix sonst Mann, warum driftet das so kacke? ich flieg mal ein bisschen näher zu links wieder Military Escort ja, ich weiß können wir da hinfliegen? können wir machen die Schiffe sind alle kacke die alle zerstellt sofort und das andere ist quasi nicht brauchbar vergiss nicht, dass du ewig brauchst oder du brauchst zum abbremsen ja, ich hab schon abgebremst ich bin schon wieder weg naja, das trifft halt noch rechts jetzt das trifft halt üblich schnell, das Ding ok, ich flieg aber mal los äh, ich lehre noch das Inventar von dem Schiff aus und dann sollten wir das möglichst schnell mal abbauen einfach komplett mhm aber ich glaub nicht, dass wir da sonst so viel Spaß damit haben glaub ich auch nicht Treibstoff raus das ist alles raus so das Ding kann jetzt gar nix mehr aus also rumdrischen so Militär Alter, wie ich halt mal rauszoomen kann das ist ja mal übelst krank Tatsache wohl ich hab grad deinen Charakter ja ich hab grad verschwinden lassen ja komm, wahrscheinlich weil du solche Riesenschiffe bauen kannst ja, ist gut möglich ja, ranzoomen nicht so krass eigentlich ja, das geht, ne? ja ja Militär-Eskord, ich bin ziemlich sicher, dass die schießen wird acht Kilometer hm, überhälfte hm hm ja, klar jetzt hab ich auch noch Sachen mit ja, ist egal hm ja, meins geht eigentlich ja, ich hab noch bissl was ich so rausgepackt hab ich glaub nix, nix besonderes jetzt wenn du, äh, Ober- und Unterseite ausmachen kannst, flieg von unten ran hm okay ich kann im Moment gar nichts ausmachen ja, ja, klar aber dann halt weil oben sind die Kanonen drauf oh, ich sehs wow, 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 wow ich sehs, ich sehs okay, ich versuch unten runter zu fliegen ich bin dort was? es hat mich instant gekelscht okay okay vielleicht kann ich was mit meinem Schiff ausrichten Nein, warte, warte, ich glaube, ich habe die richtige Seite erwischt. Nein, habe ich nicht. Ich wollte gerade sagen, ich sehe, dass du mal kippst. Autsch. Okay, ich weiß nicht, ob wir mit dem Schiff da wirklich hin sollten. Ich probiere es jetzt aus mit meinem gelben Schiff. Mit dem gelben Schiff des Storlogs. Soll ich versuchen zu rammen? Nein, du könntest gucken, ob du mich... wo bist denn du? Ich such dich gerade. Es ist die Spannung. Da, was? Oh, leil. Ja, alles klar. Na ja, gut, dann gehen wir uns ans Business Shipment auseinandernehmen. Oh man, das ist voll schade eigentlich. Weil andocken können wir das auch nicht so richtig vernünftig. Das ist viel so schnell, dass krass, crash einfach in die Plattform und alles kaputt ist. Ja, ich fliege jetzt nochmal. Das ist echt schlimm. Okay, ich gehe jetzt kurz ins Cockpit rein. Ich kann mein gelbes Schiff in die Nähe fliegen, da können wir die Sachen da reinpacken. Ne, ich nehme es sehr auseinander mit einem anderen Schiff. Ja, großes Inventar. Okay. So. Als Google jetzt noch kurz, vielleicht schüttet da mit was. Ist das überhaupt anders? Das ist um. Space Engineers. Um. Ship. Drift. Thing. Um. Um. Vielen Dank.